Semmering, Terrasse des Südbahnhotels, Alpenglün. Jung und alt, groß und klein ist versammelt. Man bemerkt Schakale und Hyänen. Eine Dame hat soeben mit tiefer Empfindung Heine rezitiert und erntet reichen Beifall. Die Getreuen des Semmering sind in stiller Betrachtung versunken. Jung. Weiß ist der größte Tourist. Er geht im Schritt, er geht im Trab oder wenn keine Zeit ist, geht er auch im Galopp. Er hat den Tarokzug noch nie versäumt. Alt. Ein erstklassiges Alpenglün. Schaut euch den Generaldirektor an am Fenster, sein Gesicht glänzt. Dangel kommt atemlos. Meine verehrten Gäste, soeben ist aus Wien telefoniert worden. Durazo ist gefallen. Große Erfolge bei Verdun. Alle. Hoch, Dangel. Groß. Ich hab stark den Eindruck, der Himmel ist illuminiert wegen Durazo. Klein. Heute kann man es genießen. Heute sind sie alle versammelte, unbedingten Verehrer des Semmering und die Getreuen. Stimmengewirr. Wo ist weiß? Bitte schreien nicht. Stuckart hört. Habt ihr gehört von Durazo Kleinigkeit? Das Panorama war fabelhaft. Wie gierig bin ich, ob er heute zurechtkommt. Nutzt nix. Heine ist und bleibt der größte deutsche Dichter. Und wenn sie zerspringen. Ich hab den Sektionschef gegrüßt. Er hat auch gegrüßt. Sie werden sehen. Er wird in den analen Fortleben. Am Sonnwennstein will er herauf, hat er gesagt. Nicht werden sie mehr Dorn bekommen. Sind sie eigentlich ein starker Esser? Ich bin nämlich ein starker Esser. Das Panorama war fabelhaft. Ich sagte ihm Schritt, er hat Zeit. Die Verluste müssen gesalzen sein. Der muss auch hübsch verdienen. Wie sie das deklamiert hat, war ich effektiv begeistert. Wetten, er kommt heute im Trapp? Der Doktor hat gesagt, unten steht es glänzend. Ich hätt noch drei Waggonen. Wie er sich getauft hat, hat er sich geschieden. Heut versäumt, aber ja, sag ich euch. Wenn ihr euch kugeln wollt, müsst ihr in die Josefstadt. Was heißt Truppentransporte? Der Tarockzug geht immer. Das Panorama war fabelhaft. Dort kommt er gelaufen. Was hab ich gesagt? Weiß im Galopp. Die Gesellschaft verzieht sich. Ein getreuer des Semmering im Abgehen. Lasst ihn schlafen. Er macht sich Sorgen wegen der Metallablieferung. Der Generaldirektor schlafend mit der Gäste einer jenen Eingebung. Vergroben. Er erwacht.